Immer mehr Rentner müssen Steuern zahlen. Sind Sie auch mit dabei? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Rund 350 Milliarden Euro an gesetzlichen, privaten und betrieblichen Renten wurden im Jahr 2021 ausgezahlt. Das ist eine unvorstellbar hohe Summe. Immer mehr Rentner müssen Steuern zahlen. Das zeigen die neuesten Statistiken des Bundesamtes für Statistik. Der Anteil der Alterseinkünfte, auf die Rentner Steuern zahlen müssen, stieg im Jahr 2021 auf 65%. Das heißt, 65% von den 350 Milliarden Euro waren 2021 steuerpflichtig. Im Jahr 2050 waren es knapp über 50% an Rentenleistungen, die in Deutschland steuerpflichtig waren. Ohne jeden Zweifel ist klar, dass ein Großteil der Rentnerinnen und Rentner in Deutschland Steuern zahlen und damit unser Gemeinwesen mitfinanzieren. Der Anteil der steuerpflichtigen Rentenempfänger wird in Zukunft weiter steigen. Das heißt also, immer mehr Rentnerinnen und Rentner werden in Zukunft auch auf ihre gesetzlichen Renten, auf ihre betrieblichen Renten und auch auf ihre privaten Renten Steuern zahlen müssen, wenn sie nicht ausdrücklich steuerfrei gestellt worden sind. Daher macht es aus unserer Sicht immer mehr Sinn, alle legalen Möglichkeiten zur Steuervermeidung und Absetzbarkeit von Kosten zu nutzen, damit der Fiskus nicht zu tief in ihr Portemonnaie greift. Und ich kann Ihnen nur aus eigener Erfahrung in meiner beruflichen Praxis hier als Rentenberater und Rechtsanwalt sagen, bitte prüfen Sie jederzeit nach, ob Sie mit Ihren gesetzlichen Renteneinkünften der Steuerpflicht in Deutschland unterliegen. Nicht, dass Sie eines Tages das böse Erwachen bekommen und das Finanzamt an Ihre Tür klopft und sagt, wir möchten jetzt richtig viel Geld von Ihnen zurückerstattet haben an nicht gezahlten Steuern, weil Sie keine Steuererklärungen abgegeben haben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine renten- und steuerstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel